Wenn die Krähen einen Fuchs gesehen haben oder einen schleichenden Jäger, dann warnen die sich gegenseitig oder rufen sich zusammen. Dann kommen die anderen Krähen, was ist denn da los und wollen sehen, was da los ist. Das sind diese kurz ausgestoßenen Laute. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.